Kapitel 30 In den Morgenstunden traf eine hilfreiche SMS von Victor ein. Die Gnome quatschen was von Ortolan und seinen dunklen Brüdern. Könnte es sein, dass wir mit der Station Blackfriars gar nicht so falsch liegen? Emily hatte er bereits informiert. Was gibt es Besonderes an Blackfriars? schrieb sie an Nick. Aber da war nichts. Okay, außer der Blackfriars Bridge, dem Theater und dem großen Bahnhof. Ging der als Festung durch? Ansonsten Bürogebäude, Restaurants und diese Garage, wo Nick Fotos geschossen hatte. Die war nahe der Station Blackfriars gewesen. Was möglicherweise ein Zufall war, vielleicht aber auch nicht. Nick überschlug im Kopf die Optionen, die ihm zur Verfügung standen. Die Garage und der Jaguar waren seine einzigen Anhaltspunkte. Es war erst halb acht. Wenn er sich den ganzen Tag vor dem Parkhaus auf die Lauer legte, du hast ja einen Knall. Das Dumme war, ihm fiel nichts Besseres ein. Er schickte Emily eine Nachricht, dass er heute nicht zur Schule kommen würde und packte seinen Rucksack. Als er vor dem Parkhaus ankam, war es Viertel nach acht. Die Gegend war zum Warten denkbar ungeeignet. Nirgends eine Ecke oder Nische, in der Nick sich hätte verstecken können. Also lief er auf und ab und versuchte möglichst unauffällig zu wirken, während er die Autos im Auge behielt. Das Parkhaus war offenbar beliebt bei den Büroangestellten der Umgebung. Ein Wagen nach dem anderen passierte die gelb-schwarz gestreifte Schranke. Aber es war kein Jaguar dabei. Wundere dich ja nicht, Dunmore, schallt Nick sich selbst. War eine Schnapsidee von dir. Nur weil der Mann einmal hier geparkt hat, musste er es nicht wieder tun. Doch der Bote hatte damals gesagt, dass Nick so oft hierher kommen sollte, bis er die Fotos hatte und der Bote wusste, wovon er sprach. Wieder die Straße auf und ab. Ein Ford, ein Toyota, ein Suzuki, noch ein Toyota. Ein VW Golf. Nick merkte, wie seine Aufmerksamkeit schwand. Er riss sich zusammen. Nicht mit den Gedanken abdriften. Da kam ein Mercedes. Ein Honda. Ein weiterer Honda. Eine halbe Stunde später war Nick mürbel. Sein Vorhaben, den ganzen Tag hier auszuhalten, fühlte sich nicht mehr machbar an. Außerdem begann er zu frieren und verfluchte sich, weil er keine dickere Jacke mitgenommen hatte. Eine Stunde würde er noch aushalten. Das war er der Sache schuldig. Ein silbergrauer Jaguar hielt vor der Schranke. War es der Richtige? Nick knifft die Augen zusammen. LP 60 HNR. Das war die Nummer. Die Schranke öffnete sich. Der Jaguar glitt weiter. Victor hat recht. Ich bin ein Genie. Ein Genie. Ein Genie. Nun musste er nur aufpassen, dass er den Jaguar-Besitzer nicht verpasste, wenn er aus dem Parkhaus kam. Wo war der Ausgang? Die Ausfahrt fand er. Aber den Ausgang? Nick begann zu rennen. Da vorne kamen Leute heraus. War er hier richtig? Gab es mehrere Ausgänge? Er blieb stehen, drehte sich noch einmal um, und da sah er ihn. Es war unzweifelhaft der Mann, den er fotografiert hatte. Und er ging in Richtung New Bridge Street. Gut, nun durfte Nick sich nur nicht abhängen lassen. Er folgte ihm mit einigem Abstand, wagte aber kaum zu blinzeln, aus Angst, er könnte ihn aus den Augen verlieren. Sie gingen die New Bridge Street hinunter. Merkte der Mann, dass er verfolgt wurde. Er machte einen unruhigen Eindruck. Alle paar Schritte sah er über die Schulter zurück oder hektisch zur Seite, wie jemand, der Angst hatte. Nick vergrößerte den Abstand zwischen ihnen, obwohl ihm das Bauchschmerzen verursachte. Er durfte sich jetzt von nichts aufhalten lassen, auch nicht von dem japanischen Touristenpärchen, das ihn lächelnd nach dem Weg zur St. Paul's Cathedral fragte. Nick wies wortlos in die Richtung, die er für korrekt hielt, und lief weiter. Sie gelangten zum Brightwell Place, wo der Mann ein Bürohaus betrat, das eben renoviert wurde. Ein Baugerüst versperrte den Großteil der Sicht auf die Glasfront und die weiße Fassade. Unschlüssig blieb Nick stehen. Sein erster Impuls war es, ebenfalls hineinzugehen, aber er wollte um keinen Preis auffallen. Also sah er seinem Zielobjekt nur nach, wie es den Portier begrüßte und zu einem der Messing glänzenden Aufzüge ging. Das hieß, sein Büro musste in einem der oberen Stockwerke sein. Klar, teures Auto, teurer Anzug, teures Büro. Die Idee, den Portier auszufragen, verwarf Nick sofort wieder. Aber da waren Firmenschilder vor dem Eingang angebracht. Möglicherweise waren die hilfreich. Eine Unternehmensberatung, ein Immobilienbüro. Seinem Äußeren nach kam der Mann für beides in Frage. Ein Pharmaunternehmen und außerdem ein... Nick schnappte nach Luft. Die vierte Firma war ein Volltreffer. Soft Suspense. Spiele für PC, Handy und Konsole. Everything's done for you to have fun. Zur Sicherheit schoss Nick von dem Firmenschild noch ein Foto mit seinem Handy. Sollte er Emily Bescheid geben? Nein, die war noch in der Schule. Victor. Er würde es Victor erzählen. Doch der ging nicht ans Telefon. Mist. Dann würde Nick eben hinfahren. Er machte sich auf den Rückweg zur U-Bahn-Station und es war vermutlich nur seinen von der vorhergehenden Verfolgungsjagd geschärften Sinnen zu verdanken, dass er Rashid auf der anderen Straßenseite sofort bemerkte. Hatte der ihn ebenfalls gesehen? Machte nicht den Eindruck. Rashid schlurfte wie immer mit gesenktem Kopf die Straße entlang und schaute weder nach links noch nach rechts. An seine Brust gepresst trug er eine Art grau-grünen Beutel, dessen Inhalt Nick brennend interessierte. Natürlich hielt Rashid auf das Bürogebäude zu. Nick duckte sich in den Schatten eines Hauseingangs. Rashid blieb stehen, sah an der Fassade hoch und holte eine Kamera aus der Hosentasche. Er schoss Fotos von dem Gebäude. Aus der Nähe, aus größerer Entfernung, aus verschiedenen Winkeln. Nick hatte das Auto des Mannes fotografiert und nun fotografierte Rashid sein Büro. Vermutlich wollte er auch die Seitenansicht ablichten, denn er bog nach links ab, immer noch den Fotoapparat im Anschlag. Nick wartete darauf, dass er wieder auftauchen würde, doch nichts passierte. Unruhig spähte Nick aus dem Hauseingang hervor. Wenn er Rashid nachging, konnte es sein, dass er direkt in ihn hinein lief. Das wollte er nicht riskieren. Er wartete weitere fünf Minuten, schimpfte sich einen Idioten und ging. Auch wenn Rashid ihm entwischt war, die Ausbeute des heutigen Vormittags konnte sich sehen lassen. Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür, dass du mich mitten in der Nacht aus dem Bett läutest. Viktor stand in seinem Snoopy-Bademantel in der Tür, gähnend und die Augen nur halb geöffnet. Ich koch dir Tee, sagte Nick, und dann reden wir. Du klingst wie meine Ex-Freundin. Viktor wanderte schlaftrunken in die Küche und lehnte sich gegen den Kühlschrank. Ich habe übrigens bis halb fünf heute Morgen gekämpft, rund um den Tempel. Meine Rüstung ist inzwischen aus Gold, was wunderbar zu meinen violetten Echsenschuppen passt. Nick schaltete den Wasserkocher ein und füllte Teeblätter in ein Sieb. Sagt dir der Name Soft Suspense was? Klar, gähnte Viktor. Everything's done for you to have fun. Von denen ist zum Beispiel die Verfluchten der Nacht, First Shot und Königsfalken. Alles ziemlich gute Spiele. Die haben ihre Büros nahe Blackfriars, am Brightwell Place. Aha, Viktor runzelte die Stirn. Tüht mir leid, aber ich kapiere nicht, worauf du hinaus willst. Nick erzählte von seinem Fotoauftrag, von dem Jaguar und dem Mann, dem er gehörte. Für mich war das die einzige Sache während meiner ganzen Zeit als Spieler, die irgendwie mit Blackfriars zu tun hatte. Deshalb bin ich heute Morgen hingefahren und hab vor der Garage gewartet. Der Mann ist aufgetaucht und ich bin ihm nachgegangen und du ahnst schon, was sein Ziel war. Die Niederlassung von Soft Suspense. Viktors Stirnfalten vertieften sich. Bei mir klingelt's immer noch nicht. Ich bin sicher, Soft Suspense hat Erebos nicht entwickelt. Davon hätte ich gehört. Das wäre längst durch die Medien gegangen. Die ganze Szene hätte darauf gewartet und sich die Finger geleckt. Was weißt du sonst noch über die Firma? Hm, eigentlich nix. Ich kenne nur ihre Spiele und ich weiß, dass sie ein paar kleinere Softwareentwicklungsfirmen geschluckt haben, was in der Branche ziemlich normal ist. Sie sind gut im Geschäft. Das ist alles. Nachdenklich goss Nick das kochende Wasser über die Teeblätter und atmete den aufsteigenden Duft ein. Irgendeinen Zusammenhang zwischen der Firma und Erebos muss es geben. Einer meiner Schulkollegen war auch am Brightwell Place. Er hat das Gebäude fotografiert. Wirklich? Hat er auch den Jaguar-Typen verfolgt? Viktor schüttelte heftig den Kopf. Mich verbittert es gerade sehr. Mein Gehirn funktioniert noch nicht. Ich brauch mehr Schlaf. Aber jetzt haben wir endlich ne Spur. Ich muss wissen, wer der Mann ist. Ja, das wär gut, murmelte Viktor und schloss die Augen. Fürs Erste gab Nick es auf, aus ihm sinnvolle Aussagen herauskitzeln zu wollen. Er verfrachtete ihn auf eines der Sofas, flößte ihm Tee ein und kratzte sein letztes Kleingeld zusammen, um für sie beide Frühstück kaufen zu gehen. Während er in der Schlange vor der Bäckerei wartete, konnte er nicht widerstehen, Emily eine SMS zu schicken. Habe spannende Neuigkeiten. Bin in der Cromer Street. Wünschte, du wärst auch da. Als er zurückkam, erwartete ihn ein blasser, aber sehr wacher Viktor. Ich kann jetzt nix essen. Wieso? Während du einkaufen wärst, habe ich gegoogelt. Du wirst es nicht glauben. Er wartete, bis Nick seine Croissants abgelegt hatte und zog ihn vor das Notebook. Da, sieh es dir an! Die Homepage von Soft Suspense war geöffnet. Auf der ersten Seite wurde für ein neues Spiel namens Blood of Gods geworben. Die Götter sahen aber nicht griechisch aus, sondern eher Stählern. Nichts an der Grafik erinnerte an Erebos. Und? Viktor legte eine Hand auf Nicks Schulter. Das ist nur die Startseite. Du musst zu den Pressemeldungen. Nick klickte auf News und las, Soft Suspense freut sich über den Verkaufsrekord von Königsfalken. Das Spiel wurde bereits im ersten Monat nach Erscheinen über 600.000 Mal verkauft. Darunter kam ein Bild, das den Jaguar-Fahrer zeigte, der auf einem ledernen Bürosessel posierte und in die Kamera lächelte. Ja, dachte Nick. Meine Spur war richtig. Dann sah er die Bildunterschrift. Er wechselte einen Blick mit Viktor. Nee, oder? Doch! Du bist auf Gold gestoßen! Auf Aladies Schatzkammer! Teufel, Nick! Wir müssen ihn warnen! Ja, du hast recht! Nick betrachtete das unverbindlich lächelnde Gesicht auf dem Foto, aber seine Aufmerksamkeit wurde immer wieder von dem Text unterhalb des Bildes angezogen. Wir haben unsere gesamte Kraft und Kreativität in Königsfalken gesteckt und sind glücklich, dass unser Spiel so gut angenommen wird. So der Geschäftsführer von Soft Suspense, Andrew Ortolan. Ein Vogel von wegen. Wir hätten besser recherchieren müssen, murmelte Nick. Dann hätten wir ihn viel früher gefunden. Oder auch nicht. Es gibt einen Haufen Leute, die so heißen. Na gut, keinen Haufen, aber ein paar. Andrew Ortolan lächelte ungerührt von seinem Foto. War Eribos wirklich nur geschaffen worden, um ihn zu vernichten, wie der Bote es gesagt hatte? Warum? Wie sollten Sie ihn warnen? Und vor allem, wovor genau? Ich übernehme das, sagte Victor und tippte die Nummer ein, die er auf der Firmen-Homepage gefunden hatte. Ja? Hallo? Ich hätte gern Mr. Ortolan gesprochen. Ja, bitte verbinden Sie mich. Pause. Mein Name ist Victor Lernski, sagte Victor nun offenbar zu jemand anderem. Nein, er erwartet meinen Anruf nicht. Nick verstand nicht, was die Sekretärin sagte, aber er hörte ihre hohe, ablehnende Stimme. Wenn Sie so wollen, versuchte Victor es weiter, ich bin von der Presse und es gibt etwas Wichtiges, das ich Mr. Ortolan sagen muss. Wieder eine schrille, schnelle Sekretärinnen-Antwort. Hören Sie, sagte Victor betont geduldig, ich bin sicher, Ihr Boss will hören, was ich zu sagen habe. Nein, Sie können nichts ausrichten. Wie? Lernski. L-A-N-S-K-Y. Ja, er kann mich zurückrufen. Und er soll sich beeilen. Er legte auf und schnaubte. Er wird sich natürlich nicht melden. Seine Vorzimmerkuh hat nicht einmal nach meiner Nummer gefragt. Vielleicht hat sie sie auf dem Display gesehen. Kaum. Victor angelte sich ein Schokoladencressant aus der Tüte. Geheimnummer. Da wird nichts angezeigt. Nick überlegte kurz und drückte auf die Wahlwiederholungstaste. Guten Tag, ich möchte gern mit Mr. Ortolan sprechen. Ich verbinde Sie ins Chefsekretariat. Saxophonmusik erklang, bis am anderen Ende wieder jemand abhob. Büro Andrew Ortolan, Anne Whistborn. Das war wieder die unangenehme Stimme von vorhin. Äh, hallo, mein Name ist Nick Dunmore und ich müsste Mr. Ortolan sprechen. Dringend. Es geht um Leben und Tod. Wie bitte? Um Leben und Tod. Ich meine es ernst. Nicks Mund war trocken vor Nervosität. Wie würde er Ortolan die Situation erklären können, ohne dass der ihn für einen Spinner hielt? Es raschelte im Hörer. Nick hörte gedämpfte Stimmen. Die Sekretärin hielt vermutlich den Hörer zu. Dann gab es ein Geräusch, als würde etwas reißen. Die Töne wurden wieder klar und ein Mann brüllte ins Telefon. Ich lass eine Fangschaltung einrichten. Das ist Telefonterror. Ich komme euch auf die Schliche, ihr Verbrecher. Und dann wandert ihr hinter Gitter. Das war meine letzte Warnung. Verstanden? Krach. Der Hörer wurde aufgelegt. Nicks Herz hämmerte wie nach einem 100-Meter-Lauf. Er hat gedacht, ich bedrohe ihn. Habe ich gehört. Es war laut genug. Hier eins und eins zusammenzuzählen war einfach. Ich wette, er hat in letzter Zeit ein paar angsteinflößende Anrufe erhalten. Ja, von Emily zum Beispiel. Das gemeinsame Frühstück fiel schweigsam aus. Beide hingen ihren Gedanken nach. Nicks kreisten um die Möglichkeiten, die ihnen blieben. Er konnte noch einmal nach Blackfriars fahren und dort an Ottolans Bürotür hämmern, bis er ihm zuhörte. Aber du weißt nicht, wieso Erebos ihn so hasst. Es muss doch einen Grund geben. Victor, du kennst dich doch in der Computerspielszene aus. Absolut. Hast du eine Erklärung dafür? Irgendeine, die Sinn ergeben würde? Keine Spur. Ich tappe völlig im Dunkeln. Ich denke, wir müssen mehr über Mr. Ottolan erfahren. Als Emily eintraf, früher als erwartet, waren Nick und Victor noch keinen Schritt weiter. Sie wussten, dass Ottolan Mitglied im Wimbledon Park Golf Club war, dass er gelegentlich Charity-Dinner für UNICEF veranstaltete und selten Interviews gab. Emily, die von Ottolans wahrer Identität noch völlig elektrisiert war, ging die Suche mit frischem Elan an. Vielleicht ist es nichts Persönliches. Vielleicht hat es nichts mit dem Mann zu tun, sondern mit der Firma. Sie drehte das Notebook zu sich und gab Soft-Suspense bei Google ein. Da suchst du dir einen Wolf, prophezeite Victor. Bis du dich durch sämtliche Spielerkritiken und eBay-Auktionen gewühlt hast, haben wir Weihnachten. Du hast recht. Sie verengte die Augen zu Schlitzen. Ottolans Feinde gab sie ein und fand eine Menge Informationen über Singvögel fressende Wanderfalken. Mist, aber gut, versuchen wir es anders. Die Suchworte Soft-Suspense und Opfer brachten vor allem Spielebeschreibungen zu Königsfalken. Der Firmenname gemeinsam mit Konkurrenz verschiedene Wirtschaftsdaten zur Computerspielbranche. Emily fluchte undamenhaft. Da verstehe ich nur Bahnhof. Wenn es ein Konkurrent ist, der Soft-Suspense auf diese Weise fertig machen will, durchschauen wir das nie. Sie grübelte über die Aufzählung der verschiedenen Spielefirmen. Vielleicht hat die Firma ja was ausgefressen, sagte sie und machte eine neue Eingabe. Verbrechen Soft-Suspense Die Ergebnisliste war nicht lang, nur vier Seiten diesmal. Die ersten Links beschäftigten sich damit, dass Raubkopien ein Verbrechen seien und dass Soft-Suspense vor kurzem den Kopierschutz seiner Spiele verbessert habe. Emily scrollte und klickte weiter. Bei einer zwei Jahre alten Gerichtsmeldung hielt sie inne. Wurde des Betrugs und Diebstahls schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Spiel, das über eine wegweisende neue Technologie verfügen soll, stammt aus dem Hause Soft-Suspense, dessen... Emily klickte den Link an. Es war eine Archivmeldung des Independents. Nick und Emily mussten nur die ersten Zeilen lesen, um zu wissen, dass sie nicht weiter zu suchen brauchten. Hier stand es schwarz auf weiß und schlimmer, als Nick es sich je hätte ausmalen können. Spieleentwickler verurteilt Nach zwei Jahren mündet der Prozess um die Urheberschaft des Computerspiels Götterfunken endlich in einem Urteil. Larry McVeigh, Inhaber und Geschäftsführer der Londoner Softwareentwicklungsfirma Way Too Far, wurde des Betrugs und Diebstahls schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Spiel, das über eine wegweisende neue Technologie verfügen soll, stammt aus dem Hause Soft Suspense, dessen Geschäftsführer Andrew Ortolan das Urteil begrüßte. In dem Spiel stecken Jahre an Arbeit und Millionen an Pfund, so Ortolan. Das ist nichts, was man sich so einfach stehlen lässt. McVeigh hatte von Prozessbeginn an behauptet, er sei es gewesen, der Götterfunken programmiert habe und es sei ihm von Soft Suspense gestohlen worden. Er war aber zu keinem Zeitpunkt imstande, entsprechende Beweise vorzulegen. Dies begründete er mit angeblichen Diebstählen, Bestechungen und Manipulationen durch Soft Suspense. Geschäftsführer Ortolan wies sämtliche Vorwürfe von sich. Wir sind ein durch und durch anständiges Unternehmen, keine verbrecherische Organisation und sind froh, dass dies erkannt wurde. Hier versucht lediglich jemand, den Spieß umzudrehen, ohne das Geringste in der Hand zu haben. McVeigh hat angekündigt, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen, er gebe sich nicht geschlagen. Nick öffnete den Mund, bekam aber kein Wort heraus. Er sah Emily an, die blass war und die Lippen aufeinander gepresst hatte. Victor hingegen, der ebenfalls mitgelesen hatte, klatschte in die Hände. Na also, Emily, du hast einen Riecher wie Sherlock Holmes und Philip Marlowe zusammen. Klasse! In nix Gedanken herrschte Chaos. Konnte er sicher sein, dass Larry McVeigh Adrians Vater war? Der Nachname war nicht häufig. Einen solchen Zufall konnte er sich nicht vorstellen. Was ist denn? fragte Victor erstaunt. Ihr sagt ja gar nix. Dabei sind wir einen Riesenschritt weiter. Dieser Larry McVeigh könnte ein Teil des Puzzles sein. Immerhin hat er einen Prozess gegen Ortolan verloren. Er ist sicher sauer auf ihn. Vielleicht weiß er etwas über Erebus. Wir sollten mit ihm reden. Mit einiger Mühe fand Nick seine Stimme wieder. Das wird nicht möglich sein. Er hat sich umgebracht. Sie setzten Victor ins Bild, erzählten ihm von Adrian und seinem seltsamen Verhalten in den letzten Wochen. Er wollte ständig wissen, was es mit den DVDs auf sich hat. Später, als ihm klar war, dass es sich um ein Spiel handelte, hat er mich geradezu angebettelt, damit aufzuhören. Warum verstand Nick immer noch nicht. Das Spiel, um das es im Prozess gegangen war, hieß nicht Erebus, sondern Götterfunken. Freude schöner Götterfunken, dachte Nick grimmig. Victor schnappte sich das Notebook und las den Artikel noch einmal. Ich glaube, ich erinnere mich wieder an den Fall. Das Interessante war, dass keine der beiden Parteien genau erklären konnte, was so außerordentlich an dem Spiel sein sollte. Sie hatten sich nur beide darin verbissen, wie Hunde in einen Knochen. Auf den Markt gebracht worden ist es aber bis heute nicht. Während Victor sich weiter in seine Lektüre vertiefte, berieten Nick und Emily, was sie weiter tun konnten. Wir müssen mit Adrian reden, Emily seufzte tief. Er ist so ein unglaublich netter Kerl. Wir haben uns letztens länger unterhalten. Er ist wirklich reif für sein Alter und hat ein paar sehr kluge Dinge von sich gegeben. Reden wir mit ihm, stimmte Nick eher zu. Er erinnerte sich gerade, was Adrian vor einiger Zeit zu ihm gesagt hatte. Dass er die DVD nicht nehmen dürfe, aber wissen müsse, was sich darauf befindet. In einem abgelegenen Winkel von Nicks Bewusstsein ergab das plötzlich Sinn, aber welchen konnte er noch nicht sagen. Er würde Adrian reinen Wein einschenken, ihm alles erzählen, was er wissen wollte und im Gegenzug dafür. Nein! Viktors Schrei ließ Nick und Emily gleichzeitig herumfahren. Scheiße, Leute, das wird allmählich unheimlich. Was denn? Programmierer begeht Selbstmord, las Viktor vor. Am Abend des 13. September wurde Al McVay, Inhaber einer Softwarefirma, auf dem Dachboden seines Hauses im Norden von London erhängt aufgefunden. Nach ersten Untersuchungen schließt die Polizei Fremdeinwirkung aus. Es spricht alles dafür, dass McVay seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Als Grund dafür wird die Verurteilung in einem Betrugsprozess drei Wochen zuvor angegeben, wonach McVay eine sechsjährige Freiheitsstrafe zu verbüßen gehabt hätte. Er befand sich gegen Kaution auf freiem Fuß und hatte angekündigt, in Berufung zu gehen. Das wissen wir doch schon, Viktor warf ihm einen dunklen Blick zu. Und kanntest du Larry McVay? Bist du ihm je persönlich begegnet? Nein, Adrian ist erst nach seinem Tod an unsere Schule gekommen. Das dachte ich mir. Dann mach dich auf eine Überraschung gefasst. Viktor drehte den Bildschirm herum. Nun entfuhr Emily ein leiser Schrei und sie griff nach Nicks Hand. Das ist ist das nicht? Ja, flüsterte Nick. Er blickte McVay ins Gesicht. Er kannte die Augen, das schmale Gesicht, den kleinen Mund. Larry McVay war der tote Mann.